Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist ja die Gewinnverlosung und dann würde ich sagen, weiter nach dem Intro. Dieses Video wird unterstützt von GoinBuzz. Hier habt ihr die Möglichkeiten, verschiedene Abo-Modelle zu abonnieren. Also wie Adobe ist neu hinzugekommen, liegt regulär bei 39, 98 herum. Netflix, Spotify, Deezer, Powermount, Disney Plus. Ich nutze zum Beispiel Disney Plus und Powermount, um das auch zu testen. Es funktioniert einwandfrei. Nutzt den Rabattcode Dave und dann kriegt ihr 10% über meinen Rabattcode. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, geht es jetzt mit dem Video weiter. Heute ist die Verlosung gewesen von der Außenkammer und ganz ehrlich, das war schwierig. Es gab viele tolle und lustige Texte, die habe ich mir auch in den letzten Wochen und heute noch mal alle durchgelesen. Ich habe den oder die Person schon angeschrieben und dann würde die Kamera in den nächsten Tagen rausgehen. Es hat mich riesig gefreut und es wird sicherlich in den nächsten Monaten immer wieder mal so eine Aktion geben von mir. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nach wie vor am Ball bleibt und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDick. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, denn ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDick.